Herzlich Willkommen beim Invest Invest YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hautnagel. Und heute haben wir wieder Europa im Visier. Der Hannes und ich, wir schauen uns Europa ganz genau an, denn ein paar Entwicklungen, die wir derzeit sehen, sind natürlich wie immer leider seit den letzten elf Jahren. Seit der großen Finanzkrise 2008 und seit der Eurokrise 2012 sind die Entwicklungen einfach nicht mehr lustig. Hannes, ich schieße wieder heute zu dir. Du bist ja ein Verfechter Europas und deswegen lass uns heute mal wirklich wieder über die aktuellen Brennpunkte, aber auch Probleme natürlich sprechen, die wir leider derzeit in Europa haben. Europa, die Union der Vielfalt, die Freiheit mehr oder weniger in Griechenland, im alten Griechenland schon groß geschrieben, das Denken, das freie Denken und die Errungenschaften, was Europa da auch noch für sich verbinden sollten, die sind alle in Gefahr, das wissen wir. Aber natürlich ist auch die Sicherheit in Gefahr in Europa. Das neue Dreamteam Macron und Kurz, die sich zwar persönlich, glaube ich, nicht zu leiden können, man hört ja immer wieder von persönlichen Animusitäten, wenn zum Beispiel beim Kurz das Handy klingelt während einer Sitzung mit Macron, dann zickt Macron herum und so. Also, wie gesagt, persönlich, glaube ich, haben sie zwar Differenzen, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass beide an und für sich die Macht sehen. Die Macht, sie sind beide junge Politiker, sie sind beide sehr aufstrebend und sehr beliebt. Und von dem her natürlich sehen sie die Macht, was da Europa vor ihnen liegt. Wie gesagt, die alten Politiker scheiden dahin und jetzt sehen sie das Zepter an ihnen. Und deswegen, glaube ich, sind auch so ein bisschen die persönlichen Feindschaften da. Wie gesagt, Macron, natürlich ein Fan von Napoleon, macht ja keinen Hehlach daraus, sieht man ja, wohin er sich orientiert und träumt vielleicht von alten Machtgelüsten der einstigen Grand Nation. Auf alle Fälle, wohin bewegen wir uns in Europa? Und das ist ein sehr totalitäres System. Wie gesagt, vor kurzem, seit einer Woche, ist mehr oder weniger beschlossen worden, dass in der Europäischen Union die Verschlüsselung der Kommunikationsdienste wie WhatsApp und Telegram nicht mehr erlaubt ist. Aufgrund der Terrormaßnahmen oder der Antiterrormaßnahmen natürlich, wird das verboten. Ist natürlich klar, die meisten Terroristen schreiben sich ja auch untereinander zu. Morgen etc. machen wir einen Anschlag etc. Das wird natürlich wahnsinnig viel bringen in der Richtung. Es sind natürlich massive Vorwürfe jetzt auch in der österreichischen Bundesregierung schon von laut geworden, dass dieser Terroranschlag in Wien verhindert hätte werden können. Hätte, hätte, wäre. Also im Grunde weiß man es im Nachhinein immer besser natürlich. Aber Faktum ist, dass in Europa jetzt nicht nur gegen die große Pandemie vorgegangen wird, sondern auch gegen den Terror, gegen den radikalen Islam etc. massiv vorgegangen wird. Wir haben Verhaftungswellen in den letzten Tagen erlebt, sei es in der rechtsradikalen Szene als auch in der islamischen Szene. Und von dem her geht man hier mit straffen Schritt weiter fort. Wie gesagt, wir haben auch eine Verhaftung gesehen an der Grenze zu Deutschland, Benjamin. Und zwar ein Quarantäne befindlicher Österreicher, ein Salzburger, wollte sich da auf den Weg nach Deutschland machen. Oder zum Beispiel über das deutsche Eck machen. Und da diese Quarantäneverordnung dann gebrochen hat, wurde er festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Mit der Begründung ist natürlich kein Kavaliersdelikt das Ganze. Und daher sehen wir einfach, in welche Richtung das Ganze annimmt, welches totalitäre System wir an und für sich reinlaufen. Und die Mayo in Italien, Vertreter der Cinque Stelle-Bewegung, sagt ganz klar, wir brauchen in Europa einen Patriot Act, wie es nach 9-11 in den USA der Fall war, womit die ganzen Bürgerrechte, Freiheitsrechte ausgehebelt waren. Ich sage ganz einfach, ich finde das sehr, sehr gefährlich. Man hat mit Einsperren und mehr oder weniger mit diesem Niederhalten der Bevölkerung noch nie Frieden gebracht. Wir sehen die Straßen brennen. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es in Italien ganz massiv. Wir sehen es in allen, in Frankreich, in London, also im Grunde in ganz Europa, in der ganzen Europäischen Union auch, wie die Straßen brennen. Und dann werden die Lockdown-Maßnahmen verschärft. Wir sehen mehr oder weniger, wie die Menschen beginnen zu denken. Und dann werden die Terror-Maßnahmen verstärkt. Also es ist ein Spiel mit der Angst, ein massives Spiel mit der Angst, wo sie getrieben wird. Und ob das Ganze dann auch Virus, Terror, Klima sich nennt, ist im Grunde egal. Es ist nur die Ideologie, was verkauft wird. Die Angst ist die Waffe. Und diese Angst in uns, die kennt an und für sich jeder. Jeder lässt sich triggern durch diverse Dinge, die man in den Medien sieht. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Tagen, als ich zur Arbeit gefahren bin, in ein Unternehmen von mir gefahren bin und dann im Radio detailliert erklärt bekommen habe, wie die Triage abläuft. Also wenn eben sortiert wird, welche Menschenleben gerettet werden können und welche nicht. Was uns ja in Kürze bevorsteht aufgrund der Pandemie. Und natürlich bekommt man da Angst. Natürlich sind das keine schönen Bilder und keine wunderbaren Emotionen, die da geweckt werden. Das ist ähnlich, wie wenn eine Flüchtlingskrise, Kinder am Strand angespült werden und diese Bilder wochenlang die Medien beherrschen. Ja, natürlich bekommt man da keine guten Gefühle. Und da frage ich mich einfach, Benjamin, was hat das für einen Sinn und Zweck, solche Emotionen in den Menschenzwecken? Man sperrt sie zu Hause ein. Man gibt ihnen mehr oder weniger vor, was sie zu denken, zu tun und zu sagen haben, wenn sie das Haus verlassen dürfen und wenn nicht. Und mehr oder weniger, dann implantiert man ihnen noch eine Menge Angst über die Medien und über die Politik. Und da frage ich mich einfach, was macht das für einen Sinn? Also jeder, der sich da ein bisschen schützen will, das Ganze kann man auch lernen, wie man sich davor schützt, wie man sich vor der ganzen Propaganda erkennen kann, wie man das dann entlarvt selber auch, wie man sich schützen kann, um dann auch noch in der Wirtschaft sich vernünftig zu positionieren zu können. Wenn ich weiß, wohin die Reise geht, wenn ich mich dann auch noch vor der Angst mehr oder weniger frei mache, dann kann ich natürlich auch ablesen, wohin das Ganze läuft. Und dann kann ich mich richtig positionieren. Dann kann ich die großen Zyklen, die großen Wellen der Zyklen, die momentan einfach abgehen, so richtig reiten und auch noch zum Gewinner dieser Zeit werden. Denn eines ist ganz klar bei mir, nur die Gewinner dieses Umbruchs werden auch die Gestalter sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da viele Freiheitslieferende, viele Vernünftige, viele Menschen, die das Wort Freiheit auch irgendwo schätzen, dann Gestalter werden können. Denn eines ist für mich klar bei mir, wir geben momentan die Freiheit für ein gewisses Maß an Sicherheit auf, verlieren aber am Ende des Tages beides. Ja, Hannes, und du hast es so schön gesagt, dass wir wahrscheinlich eben beides verlieren. Und es ist natürlich, wenn man jetzt Zyklen gar nicht kennt, wenn man jetzt einfach nur die Medien jeden Tag einschaltet, du weißt, dass die westliche Welt oder auch in Europa ist eine Vertrauensgesellschaft. Ja, man schaltet den Fernseher ein, man vertraut dem ZDF, man vertraut dem ORF, man vertraut dem RAI, RAI UNO, RAI DU in Italien. Man vertraut einfach und schaut. Und dann sieht man diese Bilder. Und selbstverständlich ist das, wie du richtig gesagt hast, ob das jetzt eben von damals so eine Flüchtlingswelle, ob das jetzt irgendwelche Anschläge sind, ob das halt irgendwelche, diese schauderhaften Bilder, wie man jetzt zum Beispiel damals in Italien in Bozen, wie sie mit Schneekanonen umgebaute durch die Stadt gefahren sind und das Desinfektionsmittel hinausgesprüht haben. Selbstverständlich bekommt man da kein gutes Gefühl. Man hat ein mulmiges Gefühl und man bekommt Angst, wie du richtig sagst. Und natürlich kann jetzt jemand gegen uns sagen, ja, könnte theoretisch sagen, ja, aber das ist eine Panikmache von euch, weiß weiß ich was und das ist doch alles zu unserem Schutz, ja. Aber wie du richtig sagst, man muss immer die Politik hinterfragen, warum macht man sowas, ja. Warum hat man in Tschernobyl damals nicht der Bevölkerung es gesagt? Warum wollte man es verduschen? Denn wenn es wirklich brenzlig wird, richtig brutal wird, dann versucht meistens die Regierung, es nicht sofort an die große Glocke zu hängen. Sie versucht sich zu schützen von einem eigenen Fehler. Aber dieses, was wir jetzt gerade sehen, ist doch genau das Umgekehrte, Hannes, oder nicht? Ganz richtig, Benjamin. Ganz genau, besser kann man es nicht sagen. Und genau das erleben wir auch. Und deswegen sage ich immer, dass wir als InvesteBest ja im Grunde unser Wahrheitsprojekt gegründet haben. Und zwar, wir wollen nicht den Menschen eine Wahrheit geben, eine Wahrheit auftischen, wie es in allen Medien gleichgeschaltet, in der Politik gleichgeschaltet, in der Wirtschaft, in der Großwirtschaft gleichgeschaltet gemacht wird. Wir wollen, dass jeder seinen eigenen Kopf einschaltet, nachdenkt, sich Wissen aneignet, dieses Wissen verbindet. Und die Verbindung aus diesen Sachen, darin liegt dann auch der Erfolg. Dass, wenn man das umsetzt, mit ein bisschen Mut und einem Tun, ich sage immer Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, Tun. Wenn man das dann macht, dann wird man ein Gewinner dieses Umbruchs werden und kann die großen Wellen reiten. Wie gesagt, jeder, der darauf Bock hat, auf unserer Seite investinbest.de haben wir einen kostenlosen Welcomekurs, da kann man sich einmal reinschnuppern und sagen, okay, fühle ich mich da wohl? Ist das was für mich? Man schaut sich das Ganze an, ob das Ganze was für einen ist. Und dann kann man gerne uns auch das Vertrauen schenken und mit uns gemeinsam mit einer tollen Community in diese Zukunft, in diese freie, sichere Zukunft gehen und Gewinner des Umbruchs werden. Benjamin, aber mir kommt es momentan auch so vor, mit jedem, den ich spreche, so in der, mit unseren Mitgliedern ist das genau Gegenteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist eine Aufbruchstimmung, da ist eine positive Emotion drinnen. Die wissen genau schon auf Telegram etc., wenn wieder irgendwelche Mediengeschichten kommen und was da wieder dahinter steckt für Propaganda, jeder gibt seinen Input rein und so hat man nicht nur ein Gehirn, sondern viele Gehirne, was mehr oder weniger mitdenken und das Ganze dann auch ein Stück weiterbringen und das ist eine wunderbare Stimmung, sage ich ganz ehrlich. Aber natürlich, wenn man noch rausschaut, in die Europäische Union schaut und mit Unternehmerfreunden von mir spricht, ist da eine Lethargie, ein Pessimismus, ja fast schon eine Selbstaufgabe, will ich sagen und die Menschen werden wirklich zum Reaktionär. Es wird von Politik und Medien was vorgegeben und es wird umgesetzt, man wird immer langsamer, man wird einfach immer lethargischer. Und wir haben einfach die Aufgabe, Benjamin, alle Menschen, die sich da auch irgendwie angesprochen fühlen, wieder was zu tun, wieder Aktionär werden, nicht Reaktionär, sondern Aktionär, wieder einen Mehrwert in diese Gesellschaft reinbringen irgendwo und ich glaube, da ist es an der Zeit. Wie gesagt, wir sind mitten im Umbruch. Der Umbruch wird wahrscheinlich noch schwieriger werden. Es werden noch härtere Zeiten auf uns zukommen, aber es sind auch riesige Chancen versteckt in diesem ganzen Umbruch und jeder, was jetzt bereit ist, das Ganze auch so ein bisschen zu hinterfragen, ein bisschen in die Tiefe zu schauen und mehr oder weniger die Bärdeln rauszuholen, der kann ein wahnsinniger Gewinner dieses Umbruchs werden, Herr Benjamin. Ja, und gerade wenn man eben diese Zyklen kennt, wenn man wirklich weiß, wo befinden wir uns derzeit. Ja, es ist nicht einfach nur 2020 derzeit. Ja, es ist in diesem großen Zahnradzyklen, kann man sich sehr, sehr gut mittlerweile orientieren, wo wir uns derzeit sind. Ich meine, wir sind in einer populistischen Welt derzeit. Wir sind in einer Welt, wo jederzeit ein kleines Feuer reicht und es fängt an zu lodern und zu brennen und geopolitisch sieht es natürlich hier auch weltweit einfach sehr, sehr spannend derzeit aus. Wir haben ganz interessante Konstellationen mit den USA und China. Wir haben auch im Mittleren Osten eine sehr interessante Konstellation und hier wird einfach viel passieren in den nächsten Jahren. Aber man darf auch nicht eins vergessen, so wie die Züge denn auch nie schlafen, Hannes, so schlaft auch nie das Geld und deswegen gibt es immer Bewegung am Finanzmarkt. Die Frage ist nur, auf welcher Seite willst du halt stehen und das geht's. Benjamin, ich bin einfach da wirklich unglaublich stolz drauf. Wir haben im Generationencrash im Buch es auch niedergeschrieben, wie diese Zyklen funktionieren, wie das Ganze abläuft, wie immer wieder sich das einem für sich in der Geschichte so alle 80 Jahre, 80, 100 Jahre wiederholt und wie sich dann auch, wie dann leider Gottes auch die meisten Menschen dann ihres Hab und Guts auch beraubt werden und wie Einzelne weniger das Ganze gewinnen und dann auch die Zukunft bestimmen. Wie gesagt, wenn man sich da verlassen will auf unsere Tränen, Gretas in Europa, auf unsere Altpapier-Kristin, oder auch auf unsere Antidemokratie so glaubende und so verfechtete Ursula, die nie gewählt worden ist und das wichtigste Amt der Europäischen Union inne hat, die warten mehr oder weniger oder die meisten warten viel drauf, bis die Prinzen Macron und Guts da einen wachküssen. Kann man tun, ist glaube ich eine schlechte Entscheidung. Damit wird man glaube ich nicht zum Gewinner des großen Umbruchs werden. Man wird eher zu der Bevölkerung gehören, die dann alles beraubt werden. Aber es gibt auch den anderen Weg und ich glaube einfach Benjamin ganz, ganz fest daran, viele unserer Mitglieder wissen es auch, wie diese Chancen in diesem Umbruch jetzt zu reiten sind, wie diese großen Wellen jetzt zu reiten sind und wenn wir das gemeinsam machen, dann glaube ich, haben wir wirklich eine tolle Zukunft vor uns. Genauso sehe ich das auch, Hannes. Und deswegen zum Abschluss sage ich wie immer, vergesst bitte niemals, die Zyklen schlafen nie. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.